So, wir räumen hier gerade zusammen. Das Interview mit Polarkreis 18 ist vorbei und da war spannend. Die haben sich wirklich die Nutzerfragen fast alle angeguckt und haben sich dann die Besten rausgesucht. Also ihr wisst Bescheid für das nächste Interview mit Detlef D. Soest. Er kommt zu Klicksoom, ihr könnt ihm Fragen stellen, lest ihr den Infotext und seid kreativ. Untertitelung des ZDF für funk, 2017